hallo hallo und willkommen herzlich willkommen zu let's play battlefield play for free wir spielen heute in basura game mode und das server wird gehostet bei battlefield for free ja das hier ist ja nicht mein liebungsstatt mal sehen wie viele spielen ist das doch wer da seht ich bin gar nicht so schlecht was ein wunder ist da ich ein ziemlich schlechter spieler bin ja wo sind die alle laufen wir mal direkt zu normalerweise bin ich ja nicht so der direkt angriffe mag aber jetzt hier im lp mache ich mich mal zum affen aber mein freund und da schießt mich gleich einer ab danke ach du scheiße gut ja ja da ist das mal umgebracht bin ich schlecht ja ich habe aber nie behauptet dass ich gut wäre sagen wir mal hier nach oben und diesen von oben die leute weg ich komme ach du scheiße ist ein net hier ja ich bin ziemlich leise hier ja wie gesagt ich bin nicht der beste spieler und macht das eigentlich nur zum spaß von für euch ach du scheiße ja ok spring ich habe ja wie gesagt jetzt hier im display werde ich mal ein auf rambo machen und nehmen dafür mal lieber die pistole der kann ich besser schließen das wird wahrscheinlich wehtun die büte aber wir gewinnen das cc usc ist nicht unter mir nee oder und im sb ob das ist das ist das ist das leckt verdammt noch mal ich hasse es ich hasse es aber wenn wir trotzdem werden wir dich froh die büte wie die die wieso kann man sich ja nicht kann und c ich habe nicht gerade im geeignis ok da kann man zwischen welcher und c dann behälte ich mal besser bm oge oder jetzt irgendwelche tipps für mich hat schreibt sie in die comments ich meine welche ich ganz froh ja ich habe auch ein raketenwerfer ja ich glaube ich habe es noch nicht erwähnt ich spiel als pionier oder als urgenizer wie sich in dem spiel offiziell heißt entschuldigung dass ich so nase ziehe aber ich bin etwas erkältet so das war jetzt eine runde in der nächsten geht es weiter tschüssi ideally jetzt w aber w w w ich we